das ist lego ninjago das beste was es zum spielen gibt alle kinder spielen gerne ninjago und hier sind zwei davon wo seid ihr kommt raus und was haben wir heute hier zum auspacken wollen wir mal gucken was alles dabei ist hier ist einmal so ein turm drin mit einem gefängnis ist das und hier ist eine figur das ist glaube ich leute der grüne und dann haben wir hier noch kapau rei und da oben läuft j gerade rüber und hier wird aus dem kopf von dem anacondrae tempel eine giftige kanonenkugel raus gespürt hier unten an der treppe sind zwei geheime kanonen abschluss vorrichtern da kann man das auch noch mal sehen genau hier ist das einmal zu sehen hier ist eine falltür wo man runter fallen kann da ist noch chen ok dann lassen wir mal wieder auf die rückseite gucken da haben wir hier so eine falltür hier ist das gefängnis mit zwei knochengittertüren hier ist die treppe wo es zum anacondrae tempel hoch geht und unten drin sind die geheimen abschluss vorrichtung hier ist dann der ganze tempel noch mal zu sehen und so sieht das von hinten aus auch von hinten ist der tempel gut zu bespielen und diese figuren sind dabei einmal jay leute zu kapao rei und chen und was auspacken ja ok dann geht es gleich los tipptap tube das ist es tipptap tube tipptap tube Okay Männer, dann wollen wir das mal auspacken. Warte, ich schreibe. Da können wir noch nicht rein so schlagen. So, einmal aufmachen. Ja, Nummer 2. Und da haben wir die Tüte schon. Einmal Tüte Nummer 3. Tüte Nummer 1. Eins, zwei, drei, vier. Tüte Nummer 2. Und hier ist Tüte Nummer 4. So, Männer, dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim Aufbauen. Danke. Und damit das nicht so lange dauert, dann müssen wir einen Zeitraffer. Genau. Das ist meine Augen, die wir sehen, dass all die Dank der P oder auchіл strive ہیں für eine reale Aufgabe in Space den ersten Mal? Aber wenn ihr das die Rebelly war, dann hat mich zwar einen ho بال, dann kommt eine Infobox nach unten bis zum Grad pretendern. Wir Baby. Also. So Männer, wie weit seid ihr? Habt ihr alles fertig gebaut? Ja, es sind nur noch zwei Städte. Und hier ist er. Der coole Anacondra-Tempel. Hier noch mehr. Komm, wir müssen reinhaken. Mit einer Wackelbrücke. Hey, wer bist du denn? Chan. Hallo Chan. Ich habe den Stab der Elemente. Wer ist den Stab der Elemente? Chan. Das ist der Stab der Elemente? Ja. So, und das hier ist der Stab der Elemente, mit dem Chan alle Kräfte klauen kann. Hab ich das richtig verstanden? Wow. Und wo sind die anderen Figuren? Wir haben ja einmal, wie heißt der noch, der Gelbe? Jugu. Jell. Und? Loi. Loi. Und wo ist die Schlange? Kakao. Nee. Kakaorei. Das Kakaorei. So Leute, ihr könnt eigentlich jetzt in euren Tempel einziehen. Ey, da sind die Bösen. Ach so. Und die Guten, die müssen dann die Bösen angreifen? Ja. Ich bin die Bösen. Okay. Okay. Das ist der Tempel der Anacondrei. Hier ist Kakaorei und er kämpft gerade mit Leuten. Und hier geht's die Treppe hoch. Da unten sind die Kanonen. Ja, ich hab mal hier mit abgekündigt, wenn man da runter drückt. Da drauf drückt. Dann drück mal da drauf, damit wir mal sehen können. Ey, schnimmst du mal die Hand weg. Und der muss noch von den Kanonen weg. So, dann zeig mal, wie das geht. Du solltest doch nicht mich abschießen. Ach so. So, die Dinger, die fliegen ja ganz schön schnell raus. Ja. Einen Druck hier oben auf diese Säule und dann liegt hier unten die Kanone raus. Einen Druck auf die andere Säule. Die andere Kanone. Und die andere Kanone zieht raus, genau. So, und was haben wir hier noch? Hier war doch irgendwie diese gifstgrünen Kanonen. Genau. Muss man hier den Mund aufmachen. Und dann kommen die Gifstugeln raus. Da sind sie. Okay. Und hier ist ein Gefängnis. What? Warte mal. So, oben kommen die wieder rein. Da oben kommen die wieder rein. Und dann habe ich hier gerade eine Schatztour gesehen. Das ist der Schatz von wem? Äh, von den anderen. Und hier, auf jeder Seite, dass die Sachen kann man. Genau. Und hier oben ist Shen. Der guckt hier. So, was macht der da? Der fasst auch alles auf, oder wie? Ja, denke ich mal. Also, und hier oben steht Shen. Dann gehen wir hier nochmal an den Kopf vorbei. Hier hat die Schatztour. Hier hatten wir schon gesehen. Genau, hier ist nochmal so eine lose Wackelbrücke. Und da geht auch gerade jemand drüber. Das ist Jay, genau. Und hier steht noch ein besachtes Gefängnis. Und im Gefängnis ist aber auch gerade keiner drin. So, das war dann unser Minyago Anacondrae Tempel Video. Ja. Und solche Feinheit. Geht mal nach oben. Schreibt es die Kommentare. Wer möchte, braucht ihr das? Wer ist da? Oder du willst. Der Link dazu steht in der Videobeschreibung. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tipptopp-Tube. Das ist Näch? Das ist Esch. Wer ist da? Tipptopp-Tube. Tipptopp-Tube. Wer ist da? Tipptopp-Tube. 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 Tipptopp- друг